Dieser Rüde hier, ein bisschen Labimix, heißt Osvaldo. Er ist nicht ganz so easy. Ich weiß jetzt, er hat sehr abgenommen hier. Mit anderen Hunden ist er wahrscheinlich nicht so verträglich. Also er lebt hier alleine. Ist ein hübscher Hund im Grunde. Quante anni avra? 5, ungefähr 5 Jahre. Also nicht mehr ganz jung. Also zu Hunde-Experten auf alle Fälle solltet er... No, ich bin in der Privato. Für mich hat er aber nur den Hunden gesehen. Er hat vielleicht nur den Hunden gesehen. Vielleicht war er spaventat. Mit anderen Hunden, oder? Maske, nein. Femine? Femine sind nur noch lange. Ah, nur noch lange. Ah, nur noch lange. Okay, also er dürfte ziemlich aufs Futter. Eifersüchtig sein, somit... Ja, also wie gesagt, ein Hund, der ein bisschen mit Vorsicht... Gell, Schatzi? Da ist er ein ganzer Hübscher. Hm?